Nur noch Gucci. Hallo Freunde der abendlichen Endergames Spontanunterhaltung. Wir spielen heute das Endergames Turnier. Mit dabei habe ich den Basti und den Ole. Möchte diese bekannte Person dann auch gesehen werden im Internet? Ja klar, man sieht mich doch schon im Internet. Möchtest du dich auch vorstellen? Ja, ich bin Ole. Wir hoffen, dass wir das Ding rocken können, weil wir alle drei komplett uneingespielt sind und einfach nichts raffen. Wir sind Timo Free und mal sehen, wie das so abgeht. Wie manche vielleicht wissen, waren wir die Tage in Bremen bei Ole zu Besuch. Einen gedrippten Drip-Tag wünsche ich euch Freunde und willkommen zu diesem drippigen Vlog. Mit dabei ist mein Drip-Kollege Bastian. Und wir drippen jetzt zum Bahnhof. Wir sind gerade in Osna und fahren jetzt nach Bremen durch zu Ole, dem Drip-Kollegen. Und diesen Besuch haben wir genutzt, um ordentlich für das Turnier zu proben. Hattest du Speckerzen? Vier? Vier? Drei? Drei? Mensch, Ole, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Gibt's nicht. Dabei hat der gute Basti übrigens am meisten von uns geprobt. Eerenmann. 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 Ja, Bierchen. Runde. Let's go, Leute. Jetzt wollen wir mal für Yannis hier den Geburtstagswin, oder? Was? Hauen wir für Yannis hier den Geburtstagswin. Eeren. Also let's go, Alter. Windtricks. Okay, jetzt geht. Ich bin bei Snipes. Let's go, boys! Let's go! Snipesie! Er crafted! Hab einen! Ist Windtricks gut? Hab einen, hab einen, hab einen. Nice. Maul ist bei mir. Ah ja, schwitzt, glaub ich. Ja, Windtricks ist gut. Bin bei Windtricks und Tobrik, Hilfe! Ja, das ist ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team! Ja, ich renn, ich renn. Oh fuck, hab ich da nicht passiert. Warte, bei mir raus zwei Leute. Bin bei irgendeinem Skillz. Aber der hat nichts. Let's go, boys! Runde 2! Weiter geht's. Runde 2! Ich seh da zwei. Ich seh da zwei. Komm, komm, komm. Bei mir ist Nick. Ja, okay, warte, warte, warte. Komm hoch, komm hoch. Ich seh dich, ja. Oh mein Gott, ja. Drei Kills. Ich bin rot gepottet. Er ist Teleporter, ich bin dead. Geil. Es ist so lächerlich. Oh mein Gott. So, jetzt mal ein bisschen Power, Jungs. Okay, komm. Bisschen mehr Motivation. Jungs, jetzt hier. Push. Ah, wir verkacken, eh. Hey, wo ist der Optimismus? Das ist so krass, ey. Ja, ist echt so. Unser Team heißt übrigens Eimer, Eimer, Eimer. Echt? Nice. Eimer, Eimer. Ja, Jungs, das wird unsere Runde. Komm, lass auf. Die sind nicht gut. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich hab ihn. Hey Basti, Basti, geh in die Ecke. Ich küll dich aus. Was ein Zufall, dass wir gepachtet werden, digger. Geh in die Ecke, ich küll dich aus. Du bist NextPort, auf jeden Fall. Ja. Ehrenmann, ich hab den Kill bekommen. Loll Frag dich, komm zu dir Ja Oh mein Gott, ey, ich brauch ein Schwert, Digga Ich bin Nextport, ich bin Nextport Dasselbe nochmal, hast du einen Lava Eimer? Hier ist einer ohne Rüstung, warte mal Ich versuche ihn zu killen, okay Direkt in meinen Kopf rein Und dann auscritten Meine Porttheorie muss aufgehen Digga Ja Hab ihn 180 Blöcke Ich farm lieber nochmal Staff Ich hab halt nur kills Bestimmt, ja Trucen halt Oh mein Gott, ich hab kein Essen Digga Ich bin lost Mann Digga, ist es so lächerlich Auf Desert Ja, Enderman auf Desert ist halt krass Ja, ich spiel auch Desert Äh, ich spiel auch Desert Jamon Oh, ich bin Safe tot, Jungs Nein, Basti Nein Mach mich kampf Oh mein Gott, ich bin in so ein Loch eingefallen, das hättet ihr sehen müssen Das war richtig erbärmlich Das war so erbärmlich Es pack mal Kati Kati Also Leute Willkommen zu dritten Runde vor diesem super tollen Donieren Nicht wahr, Freunde? Fünfter, oder? Nicht dritter Letzte wollte ich sagen Ich bin Teleporter Das heißt, wenn du geportet wirst Dann bin ich sowieso Wir sind beide RIP Brauch die Kein Essen Ich hab richtig Angst Digga Ich brauch kein Essen Was geht Jungs? Ich grüße Jan den Hammer Ich werd geportet Er ist Teleporter Es ist so lächerlich Als wenn Oh mein Gott Nein Nein No kills Jungs Ja gut, Freunde Das war's vom Endergames Turnier Wir haben Wir haben auf jeden Fall rasiert Und ansonsten würde ich sagen, Leute Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder Haut rein, bleibt gesund Bis dahin und ciao Basti hast du Abschlussworte? Abschlussworte